wisst ihr noch wie ich damals hier die zwei helis bekämpft habe ich glaube dass der folge hieß Nemesis oder so da waren wir mit dem Chris ein bisschen gespielt waren auf dem Flughafen und haben eine Mission gemacht und ich habe bei Mission die helis geärgert nein nicht der Vektor hat sie geärgert, ich war das damals der Vektor provoziert ja gerne die helis an mich oh und jetzt provozieren sie mich schnell und rat da rat da da episch ist episch sag ich nur noch episch